Halleschön Leute und willkommen zu Let's Play Terror Symphonia Dawn of the New World Im letzten Part haben wir unseren ersten wichtigen Boss getroffen Lloyd ist ja eigentlich so ein overpopulter Boss den man nicht töten könnte Ja und sind dann auf Fluinen gegangen um Leute zu suchen jetzt Von der auf der Business Bürgermeister oder er gesagt Du musst hier abhauen, los, deswegen suchst du nach Lloyd jetzt Ja und jetzt sind wir unter einer Katzenmission womit ein Geist verprügelt Lass das Hör auf damit Ey, are you kidding me Maa, ich will meine anderen Asi, sonst auch meine Annozweiß nicht verwenden, aber die habe ich momentan nicht Das hat halt nicht genug tragen Ey, au Was ist das? Tschüss Ja, Toruner Tiger, du hast voll getroffen Oba Wie ist das einfach nur Trello, ich setze dich jetzt nicht mehr ein Das trifft kaum Voll dumm Demon Fang, ey Lass das Boah Leute, ich war unbedingt mal einer anderen Asi, sonst verbände Weil die treffen fast immer die Sons verbände Wir brauchen zwar 4 TP, aber ist immer besser Demon Fang Nein Nein, das hat nicht weh getan Er ist nur gestorben Das sage ich immer zu ihr, wenn sie sagt Hat das weh getan? Nein, Mann, er ist nur tot Wird geladen Boah, Latschmeier hat hier das Symphonia Dieser Schrei bedeutet, dass er als Monsters durch seinen Lippen leckt Wir müssen weiter Ja, okay Okay Frosch, was habe ich gefunden? Was auch immer Ich wollte erstmal nach den FP-Pumpen gucken Also Fertigkeiten Äh 11 Okay, dann könnte ich eigentlich Äh Ich würde nur sagen Nein Combo Plus, oder? Komm, hauen wir erstmal Combo Plus rein Sie hat zu wenig, okay Oh, wir sind auf unserem Level Okay, ihr seid alle überpowered Aber who cares Ähm Wohin? Oh, ich hatte jetzt schon, dass wir da irgendwie einbrechen oder so Ich muss ehrlich sein In diesem Ort von einer Katzenvision war ich schon nie Von daher habe ich mich gefalte Ja, lass ich das schnell beenden, Martha Weil mit Combo Plus können wir halt einen Angriff mehr machen auf dem Boden Ja, das war's Wie wenig Erfahrungspunkte die einfach geben Das ist doch gar nichts Füh Oh, hallo, Grupp Bär Wie geht's? Das wird mir einfach Dumm, 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 dumm Ja, halt die normalen Monster hier sind halt die schwachen Monster Nur diese Zwischengegner hier Die man auftritt vor dem nächsten Abschnitt Das sind die starken hier Hast du irgendwie gedacht Oh, wie viel das Leben hast du? Bär Wow Aber liegt daran, dass ich auch Schwerspieler Also, nicht wunderlich Gib an Fang Nö, nö Bäm Voll erstochen Ja, das war echt zu einfach wie mir You're right Er hat was irgendwann reicht Verdammt Also, was den Gegner betrifft Kokon erhalten, was ist das? Ist das schon letztlich WTF? Bist du schon bei Zwischengegner? Weil wenn wir uns Level 19 Zwölf, zwölf Was? Noch einer Nö Was? Man kann doch ein bisschen übertreiben mit den HPs Tschüss Ich muss kurz die dritte Bewegung reinsetzen Was ich eigentlich nicht wollte Ich wollte eigentlich wieder nur Oh, Mann, der hat sogar mit Bäm Nur damit das Vieh hier ein bisschen HP verliert halt Könnt ihr auch von mir schon hinten anzugreifen Ich fände euch sehr Ich fände das sehr nett Tschüss Au Geh weg Aua Aua Lass das Lass das Autsch Heaven Strike Nö Nö Okay Bäm Absolut Ich sollte mich erst mal um die anderen kümmern Die sind leichter Aua 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 Was macht ihr jetzt hier so weit vorne? Kennt ihr? Ihr könnt auch mal wieder zurückgehen oder so Weißt du wie es ist? Man dürfte sich manchmal First Aid saubern oder so Aua Autsch Ich wollte eigentlich schon erst den anderen töten Ja also Geht's mal sterben Ich fände sehr freundlich Ich fände sehr freundlich Die zweite Bewegung einmal auf die Stimme Und Bam Also es ist schon etwas schwerer als ich dachte ohne Monster Aber who cares Vielleicht habe ich noch so ein paar schwachen Monster Wo ich vielleicht die Gruppe ändern kann Ich werde einfach gleich mal nachgucken Obwohl ich halt die Monster ungern reintun Rausfuhren würde Aber wenn es nicht anders geht Muss es wohl so sein Au Weil mit Monster zu treffen ist doch hier was leichter Weil dann macht man höchstens etwas mehr Schaden Hier Wieso immer eigentlich die zweite Bewegung? Ist ja nur ein Eisding da oder nicht? Mir soll's recht sein 7th Reaper Ey Komm nochmal drauf Das hier soll auch irgendwann mal sterben Leute Boah wenn es weiter Ne Leute das geht mir jetzt Ist ein bisschen doof Hier eine darf was machen Aber nur einer Du darfst jetzt draufhauen Du darfst jetzt draufhauen Ich schlag daneben Verzeih mir doch bitte einmal Leute Einmal nur Move Au Fantality Oh ich bin Level 15 Dunkle Strahlung Was war das nochmal Was war nochmal dunkle Strahlung Ich muss gucken welches Art das war Es lädert er dritter Kommt jetzt wieder bestimmt Dieser Schrei ist für Notfälle vorbehalten Wenn ein Monster den knirschenden Sehnsäß gegen das gegenübersteht Oh shit Wir müssen uns beeilen Ja Ähm Arzt Dunkle Verstrahlung Den Gegner mit einem Hieb in die Hieb in die Luft schwimmen lassen Angriff mit zwei Schlägen Abwärts beenden Ich würde sagen Das ist besser als Tobin ein Tiger Und du hast Verarzten erlernt Ne Wie sich krank Ja das ist ja nicht okay Okay aber dann ist es Meine Kiste Nein Nein Aber du kannst davon Keine Weitung mehr tragen Oh Ich zeige dir doch mal Die da Dunkle Strahlung Bam Würde es treffen Wäre es natürlich effektiver Und jetzt Schließt uns sogar Monster an Du bist so großartig Halt Das war nichts Ich liebe das wie du das gesagt hast Ich bin nicht mehr kämpfen Mehr Nämlich einfach mal an Bloß Fenria Helft mal Wuss Huh Ja das ist mir Am erstes Spiel auch Was ist passiert Die Monster sind einfach Abgehauen Deswegen habe ich Nicht Fehler Huh Aber, mir ist es egal. Ich spiele das Spiel zum Spaß, ich führe... Ich will das so und so durchspielen. Ne, jetzt gehe ich zurück. Nein, du lässt mich in Ruhe. Ich will nicht kämpfen. Ihr seid alle zu schlecht. Oh! Topfscherben, okay. Boah, wenn ich jetzt hier gleich noch ein Patron bin, ne? Aber ich lasse mal mit dem Monster mitkämpfen. Er ist einfach nur, weil es besser ist mit dem Monster halt noch hoch. Feder, okay, ich zieh noch was. Dö, dö, dö. Ich glaube, ich glaube, ich bin im Kreis, kann das sein. Nein, 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 nein! Wie schön, wenn es dann seht. Und, zah! Ich muss halt nur richtig treffen, finde ich. Und, bam, ihr seht aber, das braucht ziemlich viel DTP. Ja, du hast die wollen. Annehmen. Fenrir, helf mir! Ja, du hast gesagt, geschlossen. Aber den tun wir nicht in die Gruppe. Na, halt ein Monster, aber mehr. Ja, Mann. Bin ich jetzt hier im Kreis oder? Richtig? Kreis? Oh, Truhe. Aber, wir sind hier falsch. Ich wollte eigentlich zu dem Ausgang irgendwie kommen. Aber, ich finde ihn gerade nicht. Das heißt, suchen... Suche ihn, Dominik. Los, irgendwann finden wir jetzt schon, Leute. Irgendwann mal in 100 Jahren. Nö, lass mich in Ruhe. Muss ich da lang? Kann ich dir irgendwie nicht vorstellen. Aber... Scheint so. WTF? Was macht hier so ein Program? Dark Radiance. Oh, nein! Hör auf, ab! Ja, ihr könnt auch gerne sterben gehen. Kann ja nicht sein, dass Fenrir auch so lange braucht für euch. Oh, oh, oh. Das ist vielleicht tot. Gefällt mir sogar noch besser. Ja, einmal muss halt Fenrir mithelfen. Und ich hab keine TP mehr. Für eine dunkle Strahlung. Also komm ich wieder zum alten Arzt. Was ist das? Das war zu easy. Natürlich war das einfach mit Fenrir. Hilfe ist alles einfach. Du, du, du. Ich hab nie gedacht, dass ich da lang muss. Hilfe! Und was war das jetzt? Es klang wie Hilfe. Das Wort ist, als ich dir bekannt vorbekommen. Wie kannst du denn so einen Moment nur so ruhig bleiben? Halt durch. Du komm. War das ein separater Weg? Hä? Der Fug. Also damit hätte ich jetzt nicht gerecht, dass ich hier so einen separaten Weg finde. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich lauf schon wieder im Kreis herum. Dabei würde ich doch hier nur... Nein! Oh. Ich würde da hier nur raus. Ich gucke, du willst sterben. Ja, ich gucke, du willst sterben. Bam, tot! Bam, tot! Und... Also... Ich wollte schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Du hast noch fehlt. Annehmen, Henry, auch wenn er abbaut. Oh, du bleibst! Wow! Ja, fortfahren so. Hauptsache, ich habe nur Eismonster im Team. Äh, hier ist die Kiste. Schleimöl. Okay. Ich glaube, ich laufe hier echt im Kreis, Leute. Bitte. Was ist zum... Hä? Ich laufe im Kreis. Nein! Lass mich... In Ruhe. Hier waren wir doch schon. Hä? Also, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich scheine jetzt kein Ende zu geben, Leute. Ja, das beenden wir schnell. Demon Fang. Ja, kannst du aufhören, mich von hinten anzugreifen? Stirb. Ja, das ist es. Emil, hör auf. Du, du, du. So, das ist jetzt schon der dritte Part am Stück. Es werden natürlich mehrere aufgenommen. Schön, Vorrat wieder. Weil ich habe auch nicht immer Zeit zum Aufnehmen. Aber meistens habe ich halt Zeit samstags und sonntags. Und jetzt nehme ich halt an den Sonntag auf. Nö. Jetzt sucht aber erstmal den Aus. Boah, Scheiße, dass es sich kein heiliges Licht gibt. Noch ein Nachthärer spielt. Es gibt kein heiliges Licht, Leute. Keine Sache ist das. Ist dafür da, dass die Monster dich nicht angreifen. Und er geht das für die Affe und so ist bei Taylor's Elbe. Oder sich gar nicht halt erst bemerken. Es bin ich echt hier im ganzen Part noch drin gewesen. Ey. Tschüss. Die nächste Katz-Missionen werden eine einfache sein, die ich ausruhen werde. Ja, Leute, dann würde ich sagen. Wir machen erst in dieser Katz-Mission im nächsten Part weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.